Eine neue Woche, anderes Wetter. Nein, es bleibt alles so, wie es ist. Das bedeutet, Tiefdruckgebiete dominieren das Wettergeschehen. Und das bedeutet nichts anderes, als dass es nass, trüb, grau und vor allem auch eins wird, ziemlich windig. Teilweise sogar stürmisch. Das wird insbesondere im Nordwesten der Fall sein. Und mit diesen Tiefdruckgebieten kommt auch wieder neuer Regen rangezogen. Und der erreicht dann am Montag Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Später dann auch Hessen, Teile von Thüringen. Auf dem Weg nach Osten zerfleddert das Regenband so ein bisschen. Aber dort wird es dann auch etwas nass. In der Südhälfte ziehen anfangs dann auch noch am Alpenrand ein paar Regenschauer oder kurze Gewitter entlang. Aber hier dann doch eher auch eine mit der trockensten Ecken im Laufe des Montags. Ansonsten Baden-Württemberg, gerade der Westen betroffen mit den leichten Regenfällen. So sieht es also am Montagvormittag aus bei uns in Deutschland. Mit dem einsetzenden Regen im Nordwesten, da frischt dann der Wind auch stark bestürmisch auf. Das ist wirklich ziemlich herbstlich und unangenehm draußen. Da machen wir doch die Jacke mal lieber ganz zu. Vielleicht dann einfach auch die Kapuze drüber plus Regenschirm, um auf Nummer sicher zu gehen. Im Osten scheint aber erst einmal noch etwas die Sonne. Am Alpenrand tauchen dann erste kurze Schauer auf. Am Nachmittag intensivieren die sich ein bisschen. Ansonsten sieht es dann so aus, dass es im äußersten Osten noch trocken bleibt. Die Regenfälle machen aber Boden gut. Und zwar werden diese dann Minute für Minute, Kilometer für Kilometer weiter in Richtung Osten vorankommen. Und auch das Windfeld kommt weiter in Richtung Osten voran. Bei der Sonnenscheindauer wird das eine Nullnummer im Nordwesten, ansonsten bis zu sechs oder fünf Sonnenstunden im Osten. Es hat auch Auswirkungen auf die Temperaturen. Denn im Dauergrau und auch im Dauerregen steigen die Temperaturen im Nordwesten gerade einmal auf 13 oder 14 Grad. Im Osten mit Sonnenschein werden es nochmal angenehm warmer bis zu 18 Grad. Im Osten mit Sonnenschein werden es nochmal angenehm warmer bis zu 18 Grad.